Gut oder böse? Ihr gehört zu den Guten. Warum? Sie sieht nett aus. Außerdem liest sie. Glaube ich auch. Und sie? Ich sage böse. Da wäre ich mir nicht so sicher. Fände sie da nur hübsch? Gut oder böse? Gut. Böse. Kapitalböse. Höchste Zeit, von hier zu verschwinden. Vielleicht sucht Hitler ja gar nicht mehr nach dir. Vielleicht hat er vergessen, was er in der Zeitung über ihn geschrieben hat. Lisa für Spanien und Portugal. Wir nehmen den Zug an die spanisch-französische Grenze. Spazieren über die Pyrenäen. Und in Lissabon bringt uns ein Schiff direkt nach New York. Yes, Sir. Nuri wird euch führen. Ein Kind? Ein Mädchen? Kommt Hund mit? Natürlich. No. Ich werde nicht ohne Adi gehen. Bald da. Wie weit ist bald denn noch? Rapid. Ich komme nach. Ich verspreche es. Und du bringst Rolf in Sicherheit. Versprich mir das. Herkunft! Wenn dein Papa kommt frei, dann ist Wunder. Wunder passieren! Ich kann Uni nicht weiter. Du tut, wenn du zurück. Dann hilf mir, bitte. Diese Richtung. So kann man hören, wenn die Lok kommt. Wenn die Lok kommt, wir hören früh genug. Wenn die Lok kommt, dann hören wir sie früh genug. Wenn dann! Rauschen! Rauschen! Das brennt die Hölle! Das ist nicht witzig! Ah! Psch! Das war Kapitalknapp. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Vielleicht sind wir nicht gut. Aber wir sind auf keinen Fall böse. ieux. Was? Du bist so fühlst, nicht wahr.